so das reichen also stahl bräuchte ich noch mal schau dir mal an die schienen an wenn du es da raus gehst gleich über die tube das sieht wirklich gut aus wenn du die scheiben schauen kannst das sieht wirklich gut aus leider wird es nicht lange so bleiben weil die hyper tube wegkommt aber es wird noch dauern aber die wird definitiv wegkommt so ich muss mal kurz was trinken ja ich bin gleich getroffen wow richtigen durchlaufen sehr gut Sogar getroffen, nice. Äh, so, noch oben. Der durchslidet. Ja, na klar. Achso, warte, ich wollte das hier noch umbauen. Ähm. Also, weiter. Mach, mach ein, 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 ein Ding, äh. Also, das, genau so. Äh, da. Ja, ja, wegen der Tür, weil in der Tür irgendwie so kleck, 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 kleck. So, und dann noch den. Wah, oh Mann, oh mein Gott. Ich lebe noch mit einem Herz. Hast du keinen Jetpack angehabt? Ähm, ich hatte den Sprungstessel an, hab, ich dachte, ich tue den Jetpack an, ich dachte, ich tue den Jetpack an, aber ich hab nicht gewechselt. Ich hab was ähnliches Orangisches ausgerüstet, nicht den Jetpack, sondern den Schutzanzug. Und ich dachte mir so, ja, ich hab unter rechts und links in der Anzeige gepasst. Ja, ich hab mich hier auf der Katze innen überhängt geblieben, das war mega lucky. Ich werde ja gerne nur hinterhergesprungen, wollte ich auch gerade machen, aber dann hab ich zum Glück gemerkt, ich hab kein Jetpack an. Sollte ich also nicht tun. Nein, gestorben, das wär's gewesen, ey. Ich muss mich aufwischt. Alter, was ist schul, äh, Alter. Wahrscheinlich kann man nicht, wenn ich den Hochzeit schon überlebe. Aber das war so. Das war schon, 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 okay. Hm. Ja, das ist schon fertig gebaut, wow. Was soll ich jetzt 300 Steigen arbeiten? Ah, hast auch einige mitgenommen, ja. Ich hab noch 355. Ups. So, hier geht's. Ähm, äh, komm lieber Jetpack anziehen und, oder springen. Und hab viel dabei, oh. Ja, das Problem ist, ja gut, jetzt haben wir nur noch die, ähm, Strommasten zu machen und halt Geschenke finden. Aber, klar. Das ist ja, weil das richtig, wow. Ich sag mal, so, ich muss halt euch was anderes machen. Auf die, hä, jetzt willst du mal Satisfactory spielen, wow. Nee, 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 jetzt hat es Factory was anderes machen, ja. Ja, er sagt, Leute, was denn jetzt? Ja, so, also, also, ja, weil Strommasten weiterbauen hab ich jetzt nicht sonderlich Lust drauf und... Ich hatte uns besonders Bock drauf, aber das war echt schwer. Ja, stimmt. Wieso leuchtet eigentlich der Strommast, aber der hier nicht? Weil hier, dieses, da auch direkt unter diesen, Stimmt nicht. So ein Weihnachtskranz. Ähm, ja, frag dich mal das, Nico. Ganz komische Frage. Hm, ich weiß schon warum. Ich drück mir F, ich verlese dir meinen Namen durch. Tipp. Ah, lol. Die zwei, die beiden sind FK1. Nice. Wer hat die gebaut, hab ich die gebaut oder du? Ich hab die gebaut, die zweiten, die nächsten hast du gebaut. Ja, hast du die gebaut, die mittleren abgerissen, weißt du, oder wenn ich die gebaut hab? Nee, die hab ich gebaut, die mittleren hier. Du reißt dann. Nice. Ähm, na, dass wir halt irgendwas anderes machen, weil, ja, beides jetzt nicht so mein Favorit. Weil, ja gut, man muss halt dazu sagen, die Geschenke geht halt nicht. Also, wir könnten halt höchstens neu in die Welt gehen und hoffen, dass, das Geschenk ist gebraucht. Ich kann ja kurz anders machen wie WZ. Nein, Insatisfactory. Ja, aber wenn ich die dabei habe, dann, dann, lol. Wie werden denn hier manchmal die, äh, Böden geladen, siehst du es ja auch, auf den Boden, durch den Schatten? Äh, bei mir ist der Boden normal, aber der Schatten macht halt so, 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 das ist, das ist, das ist aber vom Glas, oder? Das ist von dem Glasboden. Wo? Oh. Ach, du heilige, das sieht aber, ja, das ist so, leider, alle, äh, Hauptzeit, wollen wir noch mal ändern, das geht ja gar nicht klar. Ja, oder alle Böden, geht auch. Sind hier noch verändert. Hey, hier ist der voller Schatten, oder? Ja? Ja? Holy shit, kommt der her? Komisch, ich seh's nicht. Ja, gut, ne, aber, können wir halt nichts gegen tun, jetzt, ist halt so. Fackeln aufstellen. Ja, alles ausleucht, damit keine Monster spawnen, ach nee, warte mal, falsches Spiel. Das ist kein Schattensporn, sogar. Ach, schön. Egal, äh, äh, was machen wir jetzt? Wie gesagt, äh, ne, keine Ahnung. Bist du ja das, in der Factory Meister? Ja, also wir hätten ja noch die Hypertubes in die nächsten Etagen bei der Zweitbase. Und zu Zweitbase. Und zu, stimmt, und zu Zweitbase, plus die Wasserversorgung für die AKWs. Krass. Da müssen wir sowieso mal was forschen beim Hub, denn wir haben die MPK2-Dinger, glaube ich, schon nicht freigeschaltet. Äh, ne, die MPK2-Publines haben wir noch nicht freigeschaltet, gibt's aber schon. Das hab ich, das find ich auch so krass. Ich wusste, dass die, ähm, generell das Update, nur mit den Leitern und MPK2-Pibes, dass das, ähm, na, wie heißt es jetzt, Experimental ist, aber ich hab nicht mitbekommen, dass es hier reingekommen ist. Erst als wir dieses Fix Mist-Dinger gespielt haben, hab ich merkt so, oh, die sind schon drin, die Sachen. Ja, Niko, mal so eine Frage, ne? Ja. Wenn ich ein Visier anschaue, spiegelt sich da ein Gebäude ab. Ähm, da ist kein Gebäude. Oder? Stimmt. Das ist ein moderner Villa oder so, die da auf der Schlecht steht. Okay, so das nicht. Das, das kommt aber damit hin, was ich im Zweitgeb, äh, in der Zweitbase hier. Das ist eine Villa. Aber, ne, und zwar egal, von welcher Seite ich drauf schaue, das ist immer eine Villa. Was? In der Zweitbase, also, die, die Spiegelung. Äh, ist das, ist das eine Fake-Spiegelung die ganze Zeit? Wahrscheinlich. Aber ich hab da keine Villa, ich seh da nur Spiegelungen. Also, ist ja da halt ein weißes Gebäude mit schwarzen Streifen und halt Fenstern. Fenstern stimmst, ich auch ein bisschen. Du sagst, ja gut, dann komm. Also, bei mir ist das definitiv, äh, sieht das aus, wie als würde da ein Gebäude stehen. Eigentlich hier so, irgendwo. Oh, das Ding hat, ja, das ist das, Nico, das ist das 0, viel, viel größer, ja, das ist, über die Hände ist es viel, viel kleiner. Ja, das ist das. Nice. Wow. So, das heißt jetzt trotzdem, wenn man nicht die Frage geklärt hat. Er erklärt sich nicht. Äh, wollen wir dir überlegen, wie wir die Hyper-Tukes in den nächsten Etagen machen? Schau mal auf. Ja, kann man machen. Und spricht quasi seit 15 Minuten nicht auf dem TS. Aufgegeben. Hat ihm wohl nicht, äh, ging wohl nicht schnell genug. Ach so, und stimmt, eine Sache fällt mir auch noch auf, wir wollten ja hier die Wände noch nach unten ziehen, von der Zweitbase. Oh, scheiße. Wann mal. Ich hab grad ziemlich viel Beton da, bei, wo soll man Beton hin? Ah, wahrscheinlich in die Dings rein, oder in die, ja, 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 wobei ja das Ding sowieso ist, äh, hier ist der Beton, äh, da. Ja. Was willst du lieber machen? Ah, die Wände nach unten ziehen, oder Hyper-Tubes bauen? Wenn der da unten ist echt wichtig, ja, dann muss. Okay. Aber Klaas auch dann, ne? Nee, ich würd' sagen normaler. Wie wir es bei den anderen Gebäuden auch gemacht haben, ja schon, du hast recht, okay. Okay. Was steht rum? Wo ist man hier? Nice, meinst du? Oik. So macht man das. Ja, Nico, krass. Nice, Matze. Ey, ja, platzier du dir einen erstmal richtig, ja? Nee, hast du passiert. Hm? Ey, Nico, warum schon bei mir ich jeden zweiten Falschung fußte, Hä? Oh, bei mir auch wieder Falschung. Sieht echt gleich so schalte aus, tatsächlich. Aber warum tut mir jeden zweiten Falschung passiert? Ja, das Ding ist, du musst, also der wechselt das dann immer ab, aber wenn du das ein paar Mal richtig machst, dann merkt er, okay, der will das immer so rum haben. Und dann macht er das komplett. Du musst halt die ersten Mal richtig machen. Habe ich jetzt irgendwo versichert? Irgendwann? Na, gut. Die erste Mal. Gut. 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 Vielen Dank. Nein, ich kann halt schon platzieren. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Okay. 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 Oh, ich probiere es. Das war's, das war's. Okay, ja, das wird problematisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich kann es dir sowieso zeigen. Ich bin sowieso gerade hier. Oh, ich bräuchte auch mal langsam weg, weil ich mir eins abgelegt hatte. Ja, ich... Ja, gut, dann mach ich öffnen meinen Stack voll. Mehr Platz hab ich nicht. In der Zeit wär's drin, ne? Okay. 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 Hm, das ist ja ein Problematisch. Okay. Okay. Also, klar gerade, ich fühle mich das nicht an. hier schockt mich nicht so entspannt hier meine wände platzieren und nicht falsch rum hier wird schwierig schaust du schon das problem ist hier geht es weit runter das habe ich jetzt auch bedeutet ich würde sagen zwei reihen und das war es vielleicht schauen wir mal wie es dann aussieht wo ist auch hier wo ich bin hallo jetzt ist halt die frage wie weit bauen wir das runter da geht es ja na 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 Gut, haben wir das auch mal geschafft Tja, dann HyperTube oder also HyperTube zu zweit Ja, ich würde sagen, das war schon mal das Factory zu mit aufhören Wurde das, ja Wir haben einiges gemacht Das stimmt Okay Wollen wir nochmal oben die Aussicht genießen Sehr gerne Wie ich das hier steht Diese Stator Ja Ich habe die Waffe gezückt Ja, weil ich dachte Das ist nicht echt Nice Wir müssen auch mal viel mehr Schreitern Weil Leute, da ist ein Geschenk In der Base drin Ähm, viel mehr schreitern Damit wir Ne Dings bekommen Die Coins Und dann Uns weiter Sachen kaufen können Ja, wo war ein Geschenk? Irgendwo in der Zwischenebene Vielleicht sieht man das Sogar von hier oben noch Er würde sogar Ein bisschen Das Akew Alter, die Schreitern Von hier oben Sieht so geil aus Obwohl es auch Obwohl es auch Obwohl es Geiger wird Komm her Wobei die eine Also ein paar Zugstiegen Dunkel sind Lustigerweise Ehe hier, ne? Ja, und da hinten auch Ein bisschen Aber auch Guck dir mal Da das Kreuz an Wie leuchtet Und so Oh, schön Vor allem In der Richtung Halt dann Das AKW Gibt man Und in die Richtung Ist auch irgendein Gebäude Du, was weiß Das da hinten Was ist denn das? Äh, ich glaub Du weißt, was du meinst Uran Ist das Echt? Rüßig Uranabbau Also genau In die Die Richtung da Wo ich pinge, oder? Du, die warst leider nicht Äh, du kannst hier oben Sehen, wo ich in Pinge Ja, ja, genau Ja, das Uranabbau Krass Ja Das ist sogar recht nah dran Das ist ja direkt Im Roten Ball Das ist schön Ja, wie wir hier auch die Als wir die Autobahn Zugezimmel haben Nur halt durch Schienen In dem Fall Ja Hier schienen Dann hinten durch Schienen Dann ganz hinten geht's Einmal durch Ich erwarte, geil Oh, ja Voll geil Wir könnten auch irgendwann mal hier die Wir haben ja mal die Base abgesteckt Mit, äh Wie heißt die Was? Base Baka? Ja, genau Ja Und lila eine Schnecke Haben wir noch Also so eine Schnecke Haben wir noch eingezeichnet Ich würde wissen, ob die Baka noch einigermaßen aktuell sind Ich glaube so gar nicht Ich meine, das war ja noch ganz am Anfang Alter, das ist Das, äh, ich glaube das ist 120 Stunden her Stimmt ziemlich, ich sag nur einer, dass du es auch sagst Wenn du nochmal auf Z drückst Die Marker und die, äh, zugehalte Stellen Fast sogar einigermaßen gut Für einer Marker ist, ne, aber der linke Marker, der mit dem Mittneren ist eigentlich weiter hoch Ja, gut, je nachdem Ja, ist das Problem Also wenn du nur das Dreieck niffst, die unteren beiden und die obersten, dann ist das die Base Ja, stimmt Also eigentlich so, wenn man oben rechts doch einplatzieren würde, dann ist das recht gut passen Ja, genau Wobei man dann halt die, die Knicke nicht hätte Weil wir haben ja, hier wollen wir auch gerade drin stehen Ja, das kann ja keiner wissen, vorher Hätten wir nicht mal eine Idee für den Design vorher Hm Kann sein, dass sich sogar mein, ja, mein Schwert spiegelt sich sogar im Glas Dann stell dich mal hier hin und schaue nach, ja, nach da Vielleicht auch Schau mich mal an Und dann bewegt mir dein Schwert ein bisschen Wobei ist egal, wo man hinschaut sogar Ja, stimmt, das wird überall irgendwie strange gemacht Ja Das soll ich sagen Das ist der Charakter von dir, wie so ein Hologramm nach unten hin, Alter Aber bei mir in dem Fall da Würde man schon bei mir schauen Stimmt, ja Wobei das ja logisch ist, aber gut, Hologramm, ja Ja, ein bisschen hört zumindest genau aus Ja, 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 aber Hologramm ist halt nicht so logisch Ja, klar Aber ja Ja, gut Ja, auf jeden Fall war's das für diese Aufnahme und dieses Video gewesen Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Video von Satisfactory Ciao 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 Vielen Dank.